Hallo und herzlich willkommen bei den Tegernseher Finanzgesprächen on Tour. Heute geht es um das Thema Basel III, Konsequenzen für Staat und Wirtschaft. Zu diesem Thema hat der Verband öffentlicher Banken eingeladen, eine Diskussionsrunde und ein Teilnehmer davon, Herr Ottmar Gnoll, steht jetzt im Interview für uns bereit. Herr Gnoll, Sie sind internationaler Immobilienspezialist und haben deswegen natürlich viel mit Finanzierung und Banken zu tun. Mit Basel I und Basel II gab es ja neue Eigenkapitalvorschriften, was letztendlich auch zu einer Veränderung der Kreditvorgabe bei den Banken führte. Jetzt soll Basel III kommen, die Banken sollen noch mehr Eigenkapital bereitstellen. Meinen Sie denn, wir sind damit auf dem richtigen Weg? Ja, Basel III ist sicherlich nur ein kleiner Zwischenschritt zum Endziel, nämlich zur entsprechenden Regulierung der Banken und der Bankenwirtschaft. Ich glaube schon, dass wir zumindest in die richtige Richtung kommen, aber die Stellschrauben, die sind noch enorm, die hier betätigt werden müssen, damit nachher am Schluss in der Realwirtschaft auch tatsächlich wieder vernünftig Kapital ankommt, so wie es eigentlich ursprünglich mal war und wie es zukünftig wieder werden sollte, weil ansonsten ist Wirtschaftswachstum nicht möglich. Ein wichtiger Diskussionspunkt war die Größe der Banken. Wie groß kann eine Bank werden oder sein, damit sie von innen und von außen noch handelbar ist? Herr Brinkhaus, CDU-Mitglied, hat das mit einem Kernkraftwerk verglichen. Sehen Sie das genauso? Ja, da habe ich natürlich eine zwiespältige Meinung. Im Rahmen der Globalisierung braucht man sicherlich auch Großbanken, das ist außer Frage. Aber im Allgemeinen täte es der Wirtschaft sicherlich sehr gut, wenn die Banken nicht zu große Macht erhalten. Insbesondere, damit es eben nicht zur Kernschmelze kommt, weil nur ein paar wenige Personen, wie beispielsweise erst vor kurzem geschehen bei der Schweizer UBS Bank, die sicherlich ansonsten recht ordentlich aufgestellt ist, aber dass ein Mitarbeiter durch eine Verfehlung für die Eigner zwei Milliarden Dollar verzockt. Und das sind Dinge, wo man sieht, dass halt trotz Regularien, trotz Aussicht, trotz Risikomanagement solche Dinge passieren können, weil wir reden natürlich hier auch von Menschen, die realisieren und umsetzen müssen und diese Regularien einhalten müssen. Bei den Großbanken sehe ich das sehr differenziert und zwar in der Art und Weise. Wenn wir von der Realwirtschaft ausgehen, dann hat das ja nichts mit Hedgefonds zu tun, dann hat das eigentlich nichts mit Derivaten im großen Stil zu tun oder das übrige Spielcasino, was die Finanzwirtschaft nun mal so zulässt. Und sofern eine Großbank wirklich real mit der realen Wirtschaft so zusammenarbeitet, ohne diese enormen zusätzlichen Risiken einzugehen, dann wäre eine Großbank, die auch im internationalen Parkett zu Hause ist, sicherlich von wesentlichem Vorteil. Viele Anleger haben Angst um den Euro. Deshalb halten sie sich sehr stark mit Anlagen zurück. Was empfehlen Sie denn eigentlich Ihrer Familie oder wie machen Sie es persönlich? Ich habe heute schon gesagt, wir befinden uns derzeit sicherlich genau im Auge des Hurrikans, der Finanzsysteme. Die Frage ist natürlich, wie lange dauert der Zeitrahmen noch, indem wir uns in dieser vermeintlich sicheren Situation befinden, bevor der Sturm als solches dann wieder richtig kräftig entgegenbläst. Ich gehe davon aus, dass die Zeit nicht mehr arg lange auf sich warten lässt. Dann werden die Märkte dieser Welt hier finanzpolitisch wieder zuschlagen. Und zwar in Größenordnung, wo dann unter Umständen der Staat eben nicht mehr rettend zur Seite stehen kann. Wenn Sie Privatanleger ansprechen, dann wundere ich mich zum Teil schon sehr. Weil all die privaten Menschen, die ihre Zeitlebens beispielsweise gearbeitet haben, haben endlich Vermögenswerte geschaffen und beiseite geschafft, indem sie sehr hart dafür gearbeitet und gespart haben. Und genau denen, die die Krise eigentlich maßgebend verursacht haben, werden derzeit das meiste Kapital anverteilt, nämlich den Banken. Ich glaube, es war ein großer Fehler, dass die Politik so in diesem großen Stil eine Global-Aussage gemacht hat. Wir stehen dazu, wir retten alle Banken. Denn das gibt zwangsläufig zusätzliche Verwerfungen. Selbstverständlich kann man sagen, systemrelevante Banken müssen wir stützen, weil sonst die Wirtschaft für die Gesamtwirtschaft natürlich enorm groß ist. Aber ich glaube nicht, dass das das Allheilmittel ist, weil, wie man sieht, auch von den effektiven Zahlen und Fakten, ist das Spielcasino wieder genau gleich wie vor der Lehmann-Basers-Pleide, bevor die Finanzkrise begonnen hat. Und gerade speziell die Großbanken spielen wieder im ganz großen Spiel mit, rund um den Globus mit enormen Zahlen. Und die Menschen haben jetzt dort genau ihr Geld gebunkert und anvertraut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf mittelfristig oder gar langfristig eine gute Sache sein wird. Deswegen würde ich jedem empfehlen, im Rahmen seiner Möglichkeiten eine vernünftige Streuung zu machen. Also Diversifizierung, das ist unabdingbar sehr, sehr wichtig, sich intensiver mal mit seinem Ersparten auseinanderzusetzen. Und ich würde nur in reale Sachwerte gehen, die er selber greifen, die er nachvollziehen kann mit anständig vernünftiger Rendite. Weil ich glaube, dass er, auch längerfristig, wenn er heute noch zu einem günstigen Kurs einsteigt, was in Deutschland durchaus noch möglich ist. Man muss nicht unbedingt in Berlin oder in München oder Hamburg kaufen. Es gibt durchaus prosperierende Städte mit 100.000 Einwohnern und mehr oder in Ballungsgebieten, wo man noch zu einem vernünftigen Kurs beispielsweise eine vermietete Immobile kaufen kann. Wo man genau weiß, dass die nächsten Jahrzehnte sicherlich sehr, sehr gut sind durch Zuzug weg vom Land hin zur Stadt, weil bessere Versorgung, Demografieprobleme kommen auch auf uns zu. Dann wäre man dort sicherlich vernünftig gut aufgestellt. Herr Knoll, vielen Dank für das Interview. Danke. Ja und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei den Tegernseher Finanzgesprächen.